Ah, so geht's natürlich auch. Ja, was das für Nieten sind, weiß ich nicht. Aber ich mein, dümmer geht's ja wohl kaum, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir immer wieder eine Runde in der Games auf dem gomhnt.net-server. Und ja, es ist relativ spät nachts in der Woche. Das heißt, es sind nicht so viele Spieler mal online. Ich glaube, zwölf Stück sind es jetzt in der Runde hier. Und ich hoffe, ich werde nicht nach innen teleportiert. Äh, zack, 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 zack. Zack, hoch, gut. Dann scheiß drauf, zack, 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 zack. Wir haben wieder das Barbar-Kit ausgewählt. Was ein relativ solides Kit ist. Also halt jetzt nicht. Also nicht, sondern nur die große Stärken ist halt am Anfang ganz gut. Da hat man schon mal ein bisschen Rüstung. Aber mehr bringt das auch nicht. Okay, KT4 könnten wir auch nicht anzünden. Ah, Vollzeit geht aber noch nicht. Ich dachte, das hätten sie schon gefixt, aber haben sie anscheinend noch nicht. Da habe ich mich geirrt, was das angeht. Dann brauchen wir auf jeden Fall zwei Holz für ein Eisenschwert zumindest schon mal. Zack, 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 zack. So, und das verbinden wir doch fix zusammen. Du kommst weg. Kommt hier mal schnell ein Goldhilm hingezaubert. Zack. Jetzt werden wir vielleicht auch gleich teleportiert. Das sollte ich hier rauspacken. Das benutze ich aus Versehen noch. Oder wir rennen schon mal zum nächsten hin. Da unten ist er doch. Zwei sogar. Ein Team? Drei sogar. Ach, wie lustig. Ich würde ihn hier gerne töten. Er hat schon einen Brustpanzer. Ah, da kommt noch einer von der Seite. Den haben wir. Der hatte nichts Gutes. Oder war eine Chest. Die hatte er aber gerade ausgeräumt. Der da gerade wegläuft. Und hier ist noch irgendeiner. Ach, 80 Block entfernt schon. Äh. Okay, wir durften eigentlich auch gleich geportet werden. Falls uns das Glück nicht auserwählt hat. Der letzte Verbliebene zu sein, der nicht geportet wird. Denn wenn nicht, dann machen wir uns doch geschwind einen Diamantschwert. Oh je. Das war knapp. Ah, da unten wäre ein Enchantment Table. Ein Level kriege ich jetzt glaube ich. Ich bin nicht auf die Schnelle zusammen. Da wäre noch eine Kuh, oder? Kuh, Kuh, Kuh. Jetzt geben wir schnell noch ein Level. Du da auch noch. Aber der Enchantment Table. Wird sich auch nicht so lange halten. Stille. Kuh, 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 Kuh. Schärfe, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe, das ist der Nächste da hinten irgendwo. Sieht bisschen nach Wasser aus. Jetzt haben wir nur, was mache ich hier eigentlich? Jetzt haben wir nur 9 Pfeile. 4 Eisen, 6 Gold. So viel lässt sich damit auch nicht machen. Ist der echt auf der Insel da hinten? Ein Hund. Keine Knochen. 45 Blöcke. Ist der denn da Wasser? Hä? Ach da hinten, lol. Hat der echt schon Full Iron? Ja, ist ja nett. Ich würde ja gerne geportet werden. Der Typ hat echt schon fast Full Iron. Es sind noch 3 Spieler nach 3 oder 4 Minuten, die wir jetzt gespielt haben. Da wurden die wahrscheinlich gerade miteinander getaut, oder? Ich renne einfach hinterher. Ah, guck mal hier. Ich mein... Ja, soll er? Soll er? Ich räume gerne die Küsten hier aus. Ne. Ne. 96 Blöcke. Ich hätte gerne... Holz für ne Workbench. Okay, der Typ lässt sich ein bisschen Zeit. Das freut mich natürlich. So. Eisenhose geschwind. Schutz 1 ist genauso gut wie Gold. Oder? Doch. Ne. Doch. Keine Ahnung. Schutz 1 bringt einen halben Rüstungspunkt. Was macht das Unterschied hier? Goldbrustpanzer ist besser als Schutz 1. Lederbrustpanzer. Da war ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber es ist so. So. Zwei Leute erleben noch. Der Full Iron Typie und... Was hier alles rumliegt? Ach. Wer ist denn hier ey? Er steht hier einfach so rum. Oh Gott. Wo ist der Typ? 53. Ist relativ nah an dran. Da hinten irgendwo. Da hinten kommt er doch schon aus. Wir haben einen Busch gekrochen. Er craftet sich irgendwas. Oh lol. Wo haben wir getauscht? Der hat aber Hex drin. Uh. Oder auch nicht. GG. Aber der hat mich echt bei jedem Schlag getroffen. Oder? Krass. 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 Auch eine schöne knackige Runde. Aber das waren jetzt nur 5 oder 6 Minuten. Deshalb mache ich jetzt gleich noch eine Runde. Wie man sieht die Server sind... Leer. Lohnt sich nachts zu spielen. Na gut. Ich muss sagen wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. So und willkommen zur nächsten Runde. Beziehungsweise wahrscheinlich auch zur letzten Runde. Bäh. Ein Glück bin ich so ein guter Klicker. Hab ich da Rad? Pfff. Auch gut. Auch gut. Nein. Zack. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay. Jetzt können wir schnell nochmal nach... Ah. Schweine sollten wir uns schon fahren. Nahrung ist wichtig. Zack. Zack. Auch. Schweinchen. Jetzt gucken wir mal schnell nochmal nach einer Enderchest. Ob wir einen auf die Schnelle sehen. Wenn nicht... Wäre das jetzt auch nicht so mega schlimm. Hier unten hätten wir noch ein paar Kühe. Aber die Schutze hätten 30 Sekunden. Deshalb baue ich mir mal ein wenig Holz ab. Äh. So kommt das hier da raus. Zack zack zack. Zack zack. Und das. Und das. Bam bam bam. Dann natürlich noch einen Goldhelm. Zack zack! Zack 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 zack. Zack zack zack. Gleich mal 3 Level. Und das sieht auch schonmal alles hier ganz gut aus. und das ding hätte ich gerne hier auch schon zu ende knapp 50 blöcke entfernt der nächste so dass ich dann auch gerne dann dort haben wir einen feind dahinten schon wieder die ganzen kängurus allgemein da habe ich ganz kurz die orientierung verloren Kompass so Tint hier brauchen wir nicht geportet wurden wir auch noch nicht ja da haben wir es auch gleich schon oder nächstes ist dort hinten irgendwo da hinten sich ein Enchantment Table und noch ein paar Kisten 4 Dias nicht allzu schlecht zack 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 der Typ ist da hinten irgendwo der Enchantment Table steht noch da oh Gott ey wie ich mich erschrocken hab und die Uhrzeit darf man mir sowas nicht antun mann 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 ein glück ist das schnell nicht weg und da hinten haben wir noch so ein schönes ding sehr schön so es ist egal welches Rüstungsteil man verzaubert es bringt zum Beispiel jetzt nicht mehr ich will grad kämpfen es bringt zum Beispiel jetzt nicht mehr einen Eisenbrustpanzer mit Schutz 1 zu haben als Lederschuh mit Schutz 1 bringt bald beides gleich viel also gleich viel mehr so da unten werden da werden wir alles Enchantet was zu Enchanten geht und sonst müssen wir in die Richtung laufen hier sind 3 Stück gleich 3 Enchantment Table ich dachte die Dinger wären selten falsch gedacht 3 Stück an der Zahl die war gerade eben ach ne da eh so ach komm schnapp ich mir die Eisenschuhe mal der Typ ist noch ein bisschen weg damit ich gern Eisen Stiefelchen ja so geht es natürlich auch ja was das für Nieten sind weiß ich nicht aber ich mein dümmer gehts ja wohl kaum oder haben die echt 3er Team veranstaltet sind die behindert sind die behindert alter Schwede wie krass ich mein wie krass dumm kann man bitte sein stellen sich zu dritt dahin und warten einfach nicht ach Känguru Bastard und da warten einfach nicht 3,5 ach das war's schon lol naja easy ähm und da warten einfach nicht 3,5 GG ähm und da warten einfach nicht dass der dritte auch gepostet werden gucken wir einfach diese scheiß Loch da die ganze Zeit rein und lassen sich von den abschlachten und merken einfach nicht dass da noch einer kommt na gut so auf jeden Fall eine ganz unterhaltsame Runde würde ich sagen und die letzte davor eigentlich auch ja wie die oh und da kam der dritte noch und der vor allem Känguru naja egal gut ja das war's dann würde ich mal sagen auf jeden Fall mit dieser Runde mit der Folge ich hoffe es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen wir sind uns beim nächsten mal wieder ich denke genug Skill war in der Folge vorhanden von die 3 Nieten zum Schluss hehehe gut vor allem das muss der dritte ja gerade gewesen sein oder der gerade angekommen ist der mit mir getauscht wurde wenn ich mal wenn ich mir das mal so recht überlege aber na gut wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen dann würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin und tschüss 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 tschüss